hallo und herzlich willkommen zurück zu die escapist so wir sind wieder ja haben appell so wir werden mal gucken wollte weiter klauen können weil wir müssen ja anscheinend einen seitenschneider anscheinend organisieren können wir mal gucken wenn wir in diese komische spaß die da labert zwei feilen da muss ich noch eine feile klauen und ich brauche das zeug da mal gucken ob wir noch mehr scheiße klauen können weil dürfte da nachher eigentlich relativ schnell frühstückszeit sein und dann klauen wir mal noch so eine blöde feile okay damit sind es alles für idioten und verschissene feile ich nehme meine zelle und kraft in den müll nein ich habe kein klebeband ne neun scheiße da ist wo eine kleberolle noch wo ich den nachbarn schnell klauen kann dreckskack alter was ist das für ein behinderter mann was sind meine nachbarn so dumm was soll das hehehe wichser alter soo bitches äh hier das gehört noch zu mir soo und ich würde gerne das craften genau dann brauche ich noch einen kleber brauche ich jetzt noch soo soll ich nicht da ja ok 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 ist das eigentlich auch verboten ne geh vorbei du piskopf komm lauf jetzt hehehe soo 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 das 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 So, wie viel kostet diese komische... Was ist das denn scheiß? Ist das Kissen und Ding? Ist das Knete? Wtf... Arbeitszeit, na gut... Ja, schlagt euch, ihr Idioten... Los, 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 auf geht's... So, das war's aber jetzt... Wie macht man das? Wie baut man sich das? Ah, ich muss noch ein anderes Bett also klauen... Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020